So, jetzt macht er das erst. Na, vom Hüppel runtergerutscht, Mehlbogen, total verwackelt. Das ist richtig warm, mit einem kleinen Maus. Dann haben wir die Ruhe weg, ne? Die? Ja. Ja, total. Obwohl, ich finde, meine Schnacken, die mir bei den Tettys werden auch gut. Jetzt knabbern sie nur, machen nix zu ihm, habe ich die ganze Zeit getollt. Jetzt sitzt sie nur im Mampfen. Oh, ich denke, sie wird sich trotzdem freuen. Na, wenn da nix mehr passiert, dann kann ich auch aufhören. Das weißt du ja immer vorher nicht, ne? Ja. 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 Hast du ja jetzt da? Marisch. Ja. Ja. Ja, da sind drin. Ja, da sind. Ja. Ja. Ja, da sind drin. Okay. Hier ist ein bisschen mehr Bewegung drin. Haben Sie aufgehört zu mampfen? Jetzt sind Sie wieder am Untersuchen. Warum ist denn die Tür auf? Okay. 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 Spielt es ein bisschen wie jetzt auch? Der eine schmeißt so Haken. Okay. 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 Das war's für heute.